Irgendwo anders zu einer anderen Zeit. Zwei Freunde fahren durch eine ländliche Einöde und erörtern den Unterhaltungswert ihres Vorhabens. Mensch, Browski, Alter. Anni, alte Kragenhexe. Ich freu mal ein Loch in die Mütze. Keule. Find ich mehr Knurke von dir, dass du mal mitgenommen hast. Du und ich, und du ist Priester im finster Walde. Das wird der Hammer. Mein Name ist Paul Browski. Leider bin ich zurzeit nicht zu Hause. Sie können mir aber auch eine Nachricht hinterlassen. Um Neukölln zu verlassen, brauchst du einen guten Grund. Ich hatte beim Penny-Preis-Ausschräm fünf Jurken freigerubelt und es hieß, zwei Freikarten. Ich verstehe nicht, wofür dieser Ich-Erzähler benötigt wird. Der Gewinn, das Monsters of Death Festival in Finstawal. Du meinst, dass Günni den Bierbaum im Griff hat, während du weg bist? Kein Problem. Das haben wir doch alles genau durchgesprochen. Günni hat den Bierbaum vermutlich besser im Griff als die Regie dieses Hörspiels.